Jetzt hat der Rolf Ringer doch noch am Ursulmeier gratulieren. Haben Sie mir schon etwas gesagt? Nein, ich bin da noch immer zugeschaltet. Aber die Blicke sagen genug. Nein, ich habe Freude auch für ihn. Aber es ist ein super Erfolg für den FCZ. Ein gutes Turnier und da kann man zufrieden sein. Er ist bei der U21 der Chef. Aber ich kenne ihn gut. Ich habe ja beim FC Schaffhausen mit ihm zusammengeschautet. Ich habe beim SC Zug mit ihm zusammengespielt. Also ich kenne ihn aus vergangenen Zeiten sehr gut. Obf Schaffhausen.